Aber ich wäre doch neugierig, womit sie mich zu irgendetwas zwingen könnte. Mit meinem Willen, denn der ist stärker als der ihre. Sie fordern meinen Willen heraus. Ein Duell. Wille gegen Wille. Jetzt wird es spannend. Na, dann wenden Sie mal all Ihre Künste an. Bitte, fangen Sie an. Sie haben es so gewollt. Ich gebe heute Abend ein großes Fest. Wenn das Theater zu Ende ist, werde ich hier stehen und mir wünschen, dass Sie zu mir kommen. Mit in meinen Wagen steigen und mit mir nach Hause fahren. Wirklich? Nun seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie am Ende hier lang, sehr lange stehen. Weil ich schon längst dreck sein werde. Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können. Meine Kraft ist stärker. Wie sagte Ihr Prinz heute auf der Bühne? Wirklich? 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 Wirklich?